Und dann Moinsen zum nächsten Stadion-Audio-Vlog. Der VfL Wolfsburg steht an. Ich habe es in Vorbericht gesagt, das ist ein absoluter Gradenmesser aktuell. Das ist nochmal ein anderes Level, ein anderes Level an gutem Saisonstart, auch im Vergleich zu manchen anderen Teams davor. Ohne auch das habe ich gesagt, das schlecht zu reden, weil so ein Saisonstart musst du trotzdem mal hinlegen, auch wenn jetzt Mainz-Köln-Köln nicht gut gestartet sind. Aber schon in den letzten Jahren lief das trotzdem nicht. Auch wenn die anderen Klubs gespielt haben, auch mal ein schlechtes Saisonstart hatten. Das haben wir nicht so abgekühlt und abgekleidt gemacht, wie wir das aktuell tun. Auch heute ist wieder so ein Tag, wo du ins Stadion gehst oder wo ich ins Stadion gehe und mir denke ich, ich gehe da rein. Ich weiß genau, da kommt Nummer 1, bombastische Stimmung. Nummer 2 oder ich sage mal anderthalb Punkt, anderthalb, weil nicht ganz sicher, aber vielleicht kommen diesmal die Choreo zu nur 30 Jahre VfB. Schau mal, Nummer 2, ganz klar, du weißt auch, dass die Mannschaft abliefert, dass die Jungs Bock haben, dass der Trainer eine gute Mannschaft auf den Platz bringt, dass der Trainer gute Einwechslungen machen kann. Und dann eben Nummer 3, dass alles zusammen aktuell funktioniert. Und deswegen gehst du einfach ins Stadion und hast zu Recht auch mal Vorfreude komplett drauf. Trotzdem in dem Wissen, dass mit Wolfsburg kein einfacher Gegner da ist, aber eben durch diese drei Punkte weißt du auch, hey, auch gegen Wolfsburg ist natürlich 100% ein Sieg drin zu Hause. Und wenn wir das tun, wenn wir Wolfsburg besiegen, dann haben wir den besten Saisonstart, dann erleben wir hier alle miteinander den besten Saisonstart des VfB in der Bundesligasaison, seit, ja, es die Bundesliga gibt, seit der VfB-Historie. Das ist unfassbar und jetzt schauen wir mal, ob das alles läuft, ob eine Choreo kommt. Stimmung wird brutal und wenn wir es heute wirklich gewinnen, also dann, keine Ahnung, ey, dann braucht man noch neue Superlativen, dann braucht man, keine Ahnung, dann muss das Gesicht irgendwie noch mehr machen können, als nur 90 Minuten lang durchzugrinsen. Also das ist wirklich einfach ein Traum aktuell. Und deswegen gehst du mit so einer unfassbaren Vorfreude ins Stadion wie schon lange nicht mehr. Letzten Jahre, also wir haben uns das alle auch verdient als VfB-Fans, was wir hier gerade miterleben. Alle, die die letzten Jahre mitgemacht haben oder gefühlt letztes Jahrzehnt auch, der Downfall gefühlt hat ja irgendwann 2010, 2011 angefangen. Deswegen einfach mitnehmen, einfach genießen, ab ins Stadion, wir haben Bock. Stadion! VfB! 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 Nehmen wir, wie ich bin jetzt. VfB! VfB! Cnau! VfB! 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 Für euch ist heute 7, 10! Oh Mann! Auf geht's, Jungs, aus Ganschland! Hey, Jungs, aus Ganschland! Auf geht's, Jungs, aus Ganschland! Tschüss den Tod! Tschüss den Tod! Schön! Es ist ein Frieser! Es ist ein Frieser! Es ist ein Frieser! Hör mal auf! Hey! So ein Frieser! Mach, kommst du an, Junge, komm! Scheiß DfB! Scheiße, Scheiße DfB! Scheiße, Scheiße DfB! Scheiße, Scheiße DfB! Scheiße DfB! Jaaa! Jaaa! Das sah aber auch eindeutig aus, ey! Jaaa! 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 Ist so gut. Ja, ist so gut. Ja, hier ist ne Dreckstruppe da. Wirklich. Wierer Team! Wierer Team! Wierer Team! Das ist ja Tor 11. 1! Und das ist der Flutter! Ist das wichtig, Mann! Noch genug Zeit für's Zweite. Komm. Mit uns am Leben! Mit uns am Vieren! Allee, alle, alle! Alle, alle! Alle, alle, alle! Alles ist gut! Oh, auch nicht du komm! Mit uns am Leben! Mit uns am Vieren! Hey Volk, Volk! Von Zabern, ganz starrt! Alle, alle, alle! Hey Volk, hey Volk, hey Volk! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ab diesem 1 zu 1 war dann natürlich der Kessel komplett am Dampfen und Stimmung war ab da richtig, richtig geil. Das muss ich der Vollständigkeit dann auch ganz, ganz klar sagen. Und was ich hier auch sagen muss, wird es die Wolfsburger gar nicht krasser machen, als sie sind. Aber wie gesagt, ich habe ja angesprochen, so ein bisschen der Gradmesser von Einstellkater der Wellenplatz mit Ambitionen auf Europa, mit Ambitionen auf Platz 7, auf Platz 6. Und dass du denen, auch mit ihrer Spielweise, mit ihrem wirklich auch starken Kader, teuren Kader, mit ihrem guten Trainer, wie ich finde, ihre ekligen Art und Weise, auch das Spiel hier zu spielen, 0 zu 1 geführt zur Halbzeit, denen das Spiel noch wegzunehmen, das Spiel noch zu nehmen und zu drehen, natürlich mit einem surrealen Stürmer, ist ja auch ganz klar, aber das Spiel noch zu nehmen, das Spiel zu drehen, das zollt mir wirklich, glaube ich, das zollt mir riesen Respekt ab. Und wahrscheinlich auch, würde ich sagen, zollt es mir den größten Respekt ab aus den ganzen sieben Partien. Das war für mich definitiv der größte Sieg, die größte Nummer dieser Saison. Klar, gegen Freiburg war auch schon krass so, am Ende war es halt ein 5 zu 0, auch nicht der Tag von Freiburg. Aber dem Wolfsburg da, mit der 0 zu 1 Halbzeitführung, das Spiel noch abzunehmen, das zollt mir extrem großen Respekt ab. Unfassbar, ich könnte es hier noch weitermachen mit den verschiedensten Superlativen, was man auf jeden Fall mittlerweile auch sagen kann und sagen darf. Und ich sage das auch einfach, auch wenn wir natürlich die Bodenhaftung behalten, ist ja auch ganz klar, aber mit uns ist definitiv zu rechnen. Ihr könnt mal gerne selber für euch durchgehen, gerade die Klubs in der Bundesliga, vor denen ihr gerade wirklich aktiv Angst habt oder aktiv richtig Respekt habt oder sowas. Klar kommt man zu Klubs wie Leverkusen, Leipzig, aber für mich halt vor allem auswärts, deswegen sind die auch nicht mehr so ganz in der Rechnung drin, weil wir haben Heimspiel gegen die. Dortmund ist ein bisschen schwammig, die Bayern sowieso immer mitzurechnen, ist ja auch ganz klar, auch immer grundsätzlich Respekt zu sein, aber auch nicht so sicher oder nicht so eiskalb wie die letzten Jahre. Und viel mehr danach bleibt für mich da gerade nicht, ohne jetzt irgendwie zu überdrehen oder sowas, aber um das eben zu stützen, wie gesagt, schreibe ich gerne eure Meinung dazu rein, auch wie zu allem anderen natürlich auch, ist ja auch ganz klar. Aber mit uns ist halt aktuell definitiv zu rechnen. Jetzt haben wir eine schöne Pause, genießen das, gehen, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt mal mindestens als Tabellen zweiter in die Länderspielpause. Absolut Wahnsinn und dann machen wir einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Warum soll diese Welle brechen? Warum denn? So, wir machen einfach weiter. Wir leben weiter in der Superlative. Wir haben weiter Spiele wie heute, wo ich jetzt wirklich das Fazit hier auch aufnehme, auch das schon lange nach Abpfiff, aber trotzdem noch nicht so ganz realisiere, was hier abgeht. Noch nicht so ganz, dass durchgedrungen ist, glaube ich. Das dauert immer ein paar Tage, es dauert den gesamten Spieltag ab dann. Wie ein bisschen die Tabelle dann feststeht nach dem siebten Spieltag, wie man da drauf schaut, noch mal die Wiederholungen gesehen hat, die Highlights gesehen hat. Es dauert ein bisschen, das zu realisieren. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, auch im Stadion, kurz am Ende einfach gestanden und genossen, auf diesem Platz 1 oben geschaut auf der Leinwand. Es ist unglaublich, was hier passiert. Wir fahren diese Welle weiter. Wir nehmen sie komplett mit. Es ist eine wunderschöne Phase aktuell. Dann würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich für Fazit wieder sehr viel und sehr genug geredet. Danke fürs Zuschauen. Ja, gerne Abo und Like da lassen, auch ganz klar kostenlos natürlich. Und bis zum nächsten Mal.